Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem TechPool YouTube Kanal. Heute soll es mal um ein Thema gehen, das scheinbar doch einige Menschen irgendwie interessiert, denn ich habe vor knapp zwei Jahren jetzt ungefähr ein Unboxing, noch in einem sehr alten Setup und mit sehr altem Equipment, ein Unboxing der ORAI-B IO8 hochgeladen und ich sehe, dass dieses Video immer noch Klicks bekommt und da auch manchmal noch so Kommentare drunter geschrieben werden. Und dementsprechend scheint es da irgendwie Bedarf zu geben, mal darüber zu reden und vielleicht auch mal Erfahrungen darüber zu hören, denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe die jetzt fast zwei Jahre getestet, haut nicht ganz hin, im März wären es zwei Jahre. Sei es drum, ich glaube, der eine Monat mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht mehr aus, dass sich meine Meinung nochmal irgendwie ändert. Die wird wahrscheinlich so bleiben, wenn sie in den letzten fast zwei Jahren so gewesen ist. Konkret geht es um dieses Modell hier, das ist die ORAI-B IO8. Es gibt da einige Modelle von, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und ich habe sie sogar zweimal, denn die wurde damals im Doppelpack erworben. Wieso, weshalb, warum und was das alles gekostet hat, werde ich auch später nochmal kurz erläutern. Eine Sache vorab. Die ORAI-B IO ist keine Schallzahnbürste. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Der eine sagt, die Schallzahnbürste muss es sein, der andere sagt, es muss keine sein. Mein Zahnarzt empfiehlt mir auch eine Schallzahnbürste. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Religionsgeschichte irgendwo am Ende des Tages. Ich für mich persönlich hatte bereits auch eine Schallzahnbürste vorher und muss sagen, dass ich jetzt keinen wirklich signifikanten Unterschied gemerkt habe. Zumindest nicht beim Putzergebnis oder bei Beschädigungen am Zahnfleisch oder was auch immer. Von daher glaube ich, dass es einfach jeder selber entscheiden muss, welches der beiden Modelle Schallzahnbürste oder in dem Fall jetzt hier eine mit Magnetantrieb gerne haben möchte. Zum Magnetantrieb komme ich auch später nochmal. Welche Modelle gibt es jetzt? Ich habe ja gesagt, ich habe die 8er. Welche Modelle gibt es noch? Es gibt die IO4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Als die damals rauskamen, gab es aber nur die, ich glaube, die 6, die 8 und die 9 oder sowas. Und jetzt haben sie halt mit der Zeit immer mehr Modelle dazu geholt. Ich glaube, es gibt auch noch N-Versionen davon. Also die heißt dann 8N und 6N. Was das bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So tief bin ich da nicht eingetaucht. Ich weiß nur, dass es relativ viele Modelle mittlerweile gibt und die 10 ist so momentan das Flaggschiff. Die kam auch erst Mitte, Ende letzten Jahres raus. Die hat dann so ein paar mehr Features noch. So ein cooleres Ladedock mit einer Uhr dran und Timer-Anzeigen und so weiter. Bisschen fancy, aber auch sehr teuer. Im Wesentlichen unterscheiden sich diese Modelle aber eigentlich nur in der Anzahl der vorhandenen Putzmodi und in der Menge der zu erkennenden Zahnflächen beim Putzen. Also es gibt ja diese 3D-Analyse, die die Zahnbürste machen kann. Ja, die ist ganz nett. Und je teurer die Zahnbürste ist, desto mehr Zahnzonen kann sie quasi erkennen. Die erkennt glaube ich 6. Das zeige ich euch nachher nochmal in der App. Ist nett und ich denke, reicht auch. Ich glaube 16 ist glaube ich das höchste. Und 12 oder 16 ist da das höchste. Ja, wenn man das braucht, dann muss man hier noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die 8er-Version. Ich habe die damals gekauft in einem Doppelpack. Deswegen haben wir auch 2. Das war so ein relativ gutes Angebot, würde ich mal sagen. Obwohl es das auch noch relativ teuer war für das, was es am Ende ist. Ich habe damals für beide 230 Euro bezahlt. Ich glaube jetzt kosten die so um die 300. Also es war wie gesagt auch ein Angebot. Und einzeln kostet eine 8er, ich glaube 150 bis 180. Je nachdem, wo man sie kauft. Also theoretisch schon ganz gut gespart. Aber dennoch auch relativ viel Geld. Da bleibe ich dabei. Habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Ihr seht, das ist sehr teuer. Und das muss man auch öfter mal erwähnen, wenn man so viel Geld für eine Zahnbürste ausgibt. Als ich damals ausgepackt habe, das Video könnt ihr irgendwo hier auf dem Kanal gerne nochmal suchen, wenn ihr möchtet. Das ist halt wie gesagt schon 2 Jahre her. Waren dabei ein Reise-Etui, dann so eine Aufbewahrung für die Bürstenköpfe. Ich weiß immer gar nicht, wer das benutzt. Vielleicht zum Reisen ganz gut, wenn man das länger dabei haben will. Und einem Ladegerät. Und da war schon mein erster Kritikpunkt. Es sind halt 2 Zahnbürsten dabei, aber nur ein Ladegerät. Das mag vielleicht in den meisten Fällen gar kein Problem sein. Wir haben aber zum Beispiel 2 Badezimmer. Und ich bin immer in dem einen, weil das hier näher an meinem Büro dran ist. Und das für mich über den Tag einfach leichter ist, da eben hinzugehen. Und ich habe da auch so ein bisschen mein Zeug rumstehen. Und eben auch diese Zahnbürste. Und ich hatte bis zu einem gewissen Zeitpunkt kein Ladegerät dafür. Musste die halt immer oben im anderen Bad laden. First World Problems, verstehe ich total. Aber ich hätte gedacht, wenn ich einen Doppelpack kaufe, könnten auch 2 Ladegeräte mit drin sein. Mittlerweile kann man die auch einzeln nachkaufen. Ich hatte damals auch mal bei ORB nachgefragt. Die meinten, ja, das kommt irgendwann bald und so weiter. Und ich glaube, man kann die mittlerweile im Shop nachkaufen. Und ich habe aber jetzt ein zweites. Das erzähle ich auch später, warum das jetzt so ist. Und zu dem Reise-Etui vielleicht noch. Das ist wirklich nicht fancy oder so. Das ist einfach nur so ein Case, wo man die reinstecken kann. Und das war es dann. Da kann man auch nichts mit laden oder so. Es gibt ja diese Ladereise-Etuis. Die sind dann bei den teureren Modellen, also bei den noch größeren Modellen teilweise mit dabei. Hier nicht. Ist auch okay, wenn man die vor der Reise auflädt und man kein Ladegerät mitnehmen will. Dann ist man, glaube ich, auch ganz safe damit. Und zu guter Letzt, warum I.O.? I.O. ist ja eigentlich eine Abkürzung für Input, Output. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht warum. Also das soll wahrscheinlich einfach nur diese Intelligenz, Smartness und irgendwie, dass das halt so eine sehr intelligente Zahnbürste ist, nach außen irgendwie ausdrücken. Und klar, natürlich versteht jeder, der das liest, I.O. 8, 9, 10, was auch immer, versteht, dass das keine normale Zahnbürste sein soll, sondern dass das eben eine ist, die mehr kann, als die normale Zahnbürste kann, weil sie eben eine gewisse Cleverness eingebaut hat. Wie das so ist, kommen wir auch noch zu, aber ich weiß nicht, der Name ist clever gewählt, weil die Leute verstehen, was es ist. Ich finde aber, wenn man sie dann länger benutzt, ist es jetzt auch nicht so, dass sie jetzt unfassbar smart ist und Dinge kann, die vielleicht andere Modelle auch bereits können. Und da kommen wir auch schon zu den Features. Fangen wir mal mit dem Putzmodi an. Wir haben hier sechs Putzmodi quasi für das Gerät. Das ist halt eben so die, ich glaube, das ist das meiste. Ich glaube, mehr geht auch bei den höheren Modellen nicht. Und die Modi sind tägliche Reinigung, sensitiv, aufhellen, Zahnfleischschutz, intensive Reinigung und supersensitiv. Also da gibt es halt einige. Ich benutze tatsächlich aber nur diese tägliche Reinigung jeden Tag, denn das ist so die, die standardmäßig hier auf der ersten Taste liegt. Das kann man auch noch einstellen. Aber ich benutze die, die geht zeitmäßig eingestellt, zwei Minuten, das ist auch standardmäßig so eingestellt. Und das reicht mir, um ehrlich zu sein, ich brauche da nicht noch irgendwie Zahnfleischschutz und so. Obwohl ich empfindliches Zahnfleisch habe, aber ich komme mit dem normalen auch gut zurecht und brauche auch keinen sensitiven Modus oder irgendwas. Ich habe die alle am Anfang mal ausprobiert, habe jetzt aber auch nicht so signifikante Unterschiede festgestellt, dass ich entschieden habe, irgendeinen anderen zu nehmen. Ich bin einfach beim Standardprogramm geblieben. Die Zahnbürste schaltet sich allein an, wenn man sie hochnimmt oder wenn man sie halt in die Hand nimmt oder so ein bisschen schüttelt. Ich glaube, das müsste ich hier jetzt auch mal zeigen können. Ne, jetzt macht er es gerade nicht, weil er jetzt gerade in der Hand die ganze Zeit war wahrscheinlich und die ganze Zeit in Bewegung gewesen ist. Aber so funktioniert es. Da drückt man einmal auf den An-Knopf und dann wird automatisch dieser erste Modus gestartet. Mit dem zweiten Knopf, der da drauf ist, kann man durch die Modi durchswipen oder halt dann kommt man auf die Einstellungen und kann in den Einstellungen, zum Beispiel beim Bluetooth ein- und ausschalten, den Knopf noch benutzen, um halt Ja oder Nein auszuwählen. Ansonsten bestätigt man alles mit dem Ein- und Ausschalter. Also wenn man jetzt quasi auf den nächsten Putzmodus geht, drückt man den Ein- und Ausschalter und dann wird der Putzmodus quasi aktiviert oder zum Beispiel man geht auf die Einstellungen, drückt den Ein- und Ausschalter, dann werden die Einstellungen geöffnet. Das ist okay. Ist jetzt auch kein Touchscreen oder so. Braucht es auch nicht. Das ist auch irgendwie ein bisschen zu Overkill dann am Ende. Es funktioniert, wenn man es einmal raus hat und weiß, wie es geht, dann ist es recht einfach. Ich finde es ganz gut, dass sie sich allein ein- und ausschaltet, so kann man es auch nicht vergessen, dass sie sich ausschalten soll und man kann beim Einschalten wirklich mit einem Knopfdruck sofort loslegen. Das ist sehr clever. Man muss da jetzt nicht irgendwie noch dreimal drücken und welches Menü jetzt ausfällt. Nein, ich habe mein Standardprogramm, drücke einen Knopf, wenn ich es in der Hand habe und es geht sofort los. Wirklich unkompliziert. Beim Putzen selber läuft dann der Timer selber ab. Der ist auch auf dem Display dann zu sehen. Man sieht dann immer so, wie der Timer abläuft und ein Kreis, der sich füllt. Und alle 30 Sekunden, das ist halt so voreingestellt, vibriert die Zahnbürste einmal ganz kurz und sagt dir, okay, du musst jetzt zum nächsten Abschnitt wechseln. Beziehungsweise je nach Putzmodus ist das nicht 30 Sekunden, sondern eben nur der Moment, wenn man den Abschnitt wechseln soll. Das kann eben auch länger oder kürzer sein. Ich glaube kürzer nicht, aber länger auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin schon die Einstellungen erwähnt. Hier kann man jetzt auf der Zahnbürste an sich leider gar nicht so viel einstellen, außer die Sprache, die Farbe des Lichtrings. Das ist so eine Sache, kann man machen, wenn man da seine Lieblingsfarbe haben möchte. Wer das gerne machen will, kann das gerne machen. Ist wahrscheinlich so gedacht, dass wenn man zwei Zahnbürsten gleicher Farbe, also wenn man zwei schwarze Modelle zum Beispiel hätte und die stehen im gleichen Badezimmer, könnte man die Lichtringe so anpassen, dass man die Geräte nicht verwechselt. Ist natürlich jetzt gut mitgedacht, wird aber wahrscheinlich im normalen Leben nicht so viel Nutzung finden. Außerdem kann man in den Einstellungen noch Bluetooth an- und ausschalten und den Werksreset starten. Das war es tatsächlich schon, was auf der Zahnbürste so möglich ist. Und was man da noch so machen kann, zeige ich euch später, wenn es um die App geht. Kommen wir aber weiter zu einem Hardware-Feature und zwar zu dem Ladegerät. Das ist so ein kleiner magnetischer Puck, den stellt man sich hin. Der sieht jetzt auch eigentlich ganz cool aus, finde ich. Also der macht jetzt was her. Kommt halt standardmäßig in schwarz. Ich weiß gar nicht, ob man bei einem weißen Modell einen weißen bekommt. Ob das jetzt hier am Doppelpack lag, kann ich so genau gar nicht sagen. Aber das funktioniert zielsicher. Wir kennen das ja mittlerweile auch von MagSafe. Ich packe die da drauf, die lädt sofort und ist dann nach ungefähr drei Stunden auch wieder voll. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das Ladegerät die ganze Zeit am Strom haben und ihre Zahnbürste einfach immer draufstellen. Ob das so gut für den Akku ist, auf Dauer, wird sich zeigen. So eine Zahnbürste hat man ja auch eine Weile vielleicht. Aber das wäre natürlich auch eine Option. Dann hat man immer eine volle Zahnbürste. Ich hole das raus, wenn ich es brauche und bin dann quasi ready, lade es auf und dann ist es wieder weg. Ich finde, das Ladegerät wird halt schnell dreckig, wenn man es die ganze Zeit draußen zu stehen hat. Weil wenn man jedes Mal die Zahnbürste draufstellt, dann hat man immer so Wasser, das so runtertropft und nach der Benutzung eben da so drauf fällt. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie das aussehen kann. Das ist jetzt nicht so schön. Das will ich dann auch nicht die ganze Zeit im Bad zu stehen haben. Deswegen mein Tipp, nur zum Aufladen rausholen und danach einfach nicht mehr. Bei einem weißen Ladegerät sieht es natürlich wahrscheinlich nicht so schlecht aus. Ein weiteres Hardware-Feature der Zahnbürste ist der LED-Lichtring. Von dem habe ich ja gerade schon gesprochen. Den kann man sich nicht nur individuell gestalten, sondern er dient auch dazu, Dinge anzuzeigen. Unter anderem leuchtet er rot, wenn der Akku leer ist oder man den Akku demnächst mal laden sollte. Also als kleine Vorwarnung. Und beim Putzen an sich leuchtet er eben normal durchgehend, wenn die Zahnbürste an ist. Oder grün, wenn man sehr guten Druck hat auf das Zahnfleisch und auf die Zähne. Und auch rot, wenn man es zu doll drückt. Das finde ich tatsächlich eine Sache, die ist mega hilfreich. Ich hatte glaube ich eine davor, ich weiß gar nicht, was das für ein Modell war, die konnte das auch so ähnlich. Das hat schon sehr gut funktioniert und das hilft einem natürlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ein relativ empfindliches Zahnfleisch. Das hilft einem natürlich, dabei den richtigen Druck auszuüben. Denn man unterschätzt sich da vielleicht auch manchmal oder hat das Gefühl, man merkt irgendwie nichts oder so. Und drückt dann doll auf. Und der Sensor erkennt das halt wirklich sehr gut und akkurat und blinkt sofort rot. Man sieht das auch aus dem Augenwinkel. Also man muss auch nicht mal vom Spiegel putzen oder so. Das sieht man wirklich, wenn die rot leuchtet. Und dann kann man direkt den Druck wieder regulieren. Das ist wirklich ein sehr hilfreiches Feature. Aber auch nichts, was die Zahnbürste jetzt als Einstellungsmerkmal hätte. Also von daher, ich mag es sehr, aber das können andere eben auch. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass das hier einen Magnetantrieb hat und keine Schallzahnbürste ist. Das ist so eine eigene Technologie von Oral-B, wenn ich das richtig verstanden habe. Die sorgt halt dafür, das muss man sagen, dass die Zahnbürste sehr leise ist und auch sehr gering nur vibriert. Also das Handstück und so, das hält sich wirklich sehr angenehm. Man hat nicht das Gefühl, dass die ganze Hand irgendwie durchgeschüttelt wird oder dass das irgendwie das Zahnfleisch abgerubbt wird die ganze Zeit. Sondern es hat wirklich ein sehr leises Vibrieren und eben dieser Magnetantrieb sorgt durch Schwingungen dafür, dass eben der Bürstenkopf rotiert und sehr viel Marketingblabla. Also da wird dann halt in drei großen Absätzen erklärt, warum das so ist und was da passiert. Und dass irgendwie der Magnetantrieb bis in die Spitzen der Borstenköpfe gelangt und so weiter. Leute, ganz ehrlich, am Ende interessiert doch nur das Putzergebnis. Und ob da jetzt irgendwo ein Magnet oder zwei oder drei irgendwie drin sind, die das machen, ist cool. Ja, toll, dass das auch geht und dass das dafür sorgt, dass dieses Gerät relativ ruhig läuft. Allerdings ist am Ende, wie gesagt, das Putzergebnis entscheidend. Und zudem kommen wir auch beim Fazit nochmal. Kommen wir jetzt mal zur App. Die App ist relativ simpel aufgebaut. Man kann einen Account anlegen, muss aber nicht. Und man muss die App auch generell gar nicht benutzen. Ich habe ja schon gesagt, man kann auf der Zahnbürste an sich nicht ganz so viel einstellen. Wenn man mehr möchte, sollte man eben auch die App haben, Bluetooth auf der Zahnbürste anmachen und dann eben ganz easy mit der App verbinden. Man kann über die App auch Software-Updates machen für die Zahnbürste, was ja definitiv immer eine Empfehlung ist. Leider ist der Change-Log nicht bekannt. Ich weiß nicht, was beim letzten Software-Update verbessert wurde. Aber gut, ich bin Fan von Software-Updates. Software-Updates können immer kommen. Von daher nehme ich das sehr gerne mit. Was sehr cool ist, man kann in der App die Reihenfolge der Modi ändern, wie sie eben angezeigt werden auf der Zahnbürste. Und kann den favorisierten Modus eben umstellen. Also wenn man jetzt nicht diese tägliche Pflege als Standard-Modus haben will, sondern halt, weiß ich nicht, Sensitiv Plus, dann kann man ganz einfach das umstellen und automatisch beim Drücken des Anschalters wird Sensitiv Plus gestartet. Das ist natürlich praktisch und dann, spätestens dann, sollte jeder einmal diese App anmachen, wenn man das umstellen möchte. Ich finde übrigens, dass man das auf der Zahnbürste können sollte. Das finde ich Unsinn. Das ist nur so ein Zwang, irgendwie die App da reinzudrücken. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Man bekommt in der App auch Zahnpflegetipps, kann den LED-Ring eben farblich einstellen, habe ich ja schon gesagt. Und man kann die Putzzeit ändern, sowie das Vibrieren ausstellen, das immer kommt, wenn man den Abschnitt wechseln soll. Das sind so die Kernfeatures der Einstellungen für die Zahnbürste. Zusätzlich kann man auch sehen, wie lange man den Bürstenkopf schon benutzt und wann man ihn wieder wechseln sollte. Das hier ist natürlich immer so ein bisschen eine zeitliche Angabe und aufgrund der Benutzung wahrscheinlich errechnet. Das, was bei mir da in der App steht, ist sowieso alles falsch, weil ich die Zahnbürste für das erste Mal mit der App wieder verbunden habe. Erkläre ich, wie gesagt, auch später noch. Deswegen nehmt das jetzt nicht so ernst, aber das könnte man da sehen. Ich glaube, es ist auch so eine Gefühlssache, wenn die Bürstenköpfe zu abgenutzt sind, dann sollte man mal wechseln. Das kann man, glaube ich, auch ganz alleine ganz gut rausfinden. Aber wenn es in der App eben angezeigt wird, hilft es dem einen oder anderen vielleicht auch mal daran zu denken, das zu machen. Wie gesagt, ob die Werte akkurat sind oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Man kann in der App auch seinen Zahnputzfortschritt tracken, sich Belohnungen irgendwie abholen für so kleine Challenges. Man kann das mit Apple Health synchronisieren, was, wenn man das möchte, sehr nett ist. Also da sieht man auch nur, wie oft man Zähne geputzt hat. Also so viel mehr Daten kommen da gar nicht rein. Und man hat eben die Möglichkeit, live beim Putzen zu sehen, in welcher Zahnzone man sich gerade befindet. Also man hat dann so einen Live-Monitor von diesen sechs Zonen und sieht dann halt mit dem Timer auf der App, wenn man das Handy dann halt nebenbei offen lässt oder die App nebenbei offen lässt, sieht man halt direkt, wo man gerade ist und wie gut man diesen Bereich eben schon geputzt hat. Das wird dann eben so signalisiert, dass der Bereich immer weißer wird und dann irgendwann ist er erledigt und man kann es im nächsten Bereich wechseln. Hier, wenn man das anhat, fällt auch das Vibrieren weg, dass man den Abschnitt wechseln soll, weil es da scheinbar dann eher nicht darum geht, das dann zum Zeitplan zu machen, sondern wirklich nach dem, wie gut und wie fertig ist man schon in dieser Zone. Und die App leuchtet auch rot auf, wenn man zu doll aufdrückt, was sicherlich auch ein ganz gutes Feature noch ist, falls man es doch auf der Zahnbürste irgendwie nicht gut erkennt. Zum Tracking an sich muss ich sagen, das funktioniert schon ganz gut. Manchmal habe ich das Gefühl, er checkt nicht so ganz, wo er ist bei den sechs Zonen. Wenn es mehr Zonen gibt, weiß ich nicht, wie gut das dann noch wird. Ich halte die vielleicht auch nicht immer ganz richtig. Ich glaube, es funktioniert irgendwie am besten, wenn man die gerade vor das Gesicht hält, also quasi so und dann so putzt. Ich mache das halt irgendwie immer so. Dann erkennt er nicht immer die Richtung. Aber ich muss sagen, dafür, dass es quasi per Bluetooth mit der App kommuniziert und dass die Zahnbürste das in dem Moment allein erkennt, ist es schon relativ akkurat und kann sicherlich auch für Leute, die so ein bisschen Probleme damit haben, zu wissen, wie gut habe ich jetzt geputzt, eine kleine Hilfe sein. Wenn man das Putzen dann beendet hat, dann bekommt man so eine Art Score am Ende, wie gut man war. Man sieht, okay, du hast ein paar Mal zu oft doll aufgedrückt oder du hast ein paar Mal zu wenig hier geputzt an der Stelle. Das kann man halt alles sehen. Man kriegt weitere Hinweise zur Zungenreinigung, ob man Zahnseide benutzt hat, ob man Zahnfleischbluten hatte. Also die wollen da, glaube ich, so ein Profil so ein bisschen erstellen. Das kann, wie gesagt, unter Umständen mega hilfreich sein. Ich benutze das halt wirklich nicht. Und deswegen ist es für mich nicht ganz so wichtig. Und man bekommt auch ein Smiley am Ende in der App angezeigt. Den Smiley sieht man aber auch auf dem Zahnbürsten-Display, wenn man das Putzen beendet hat, auch ohne App-Anbindung oder so. So, und nun zum Fazit. Wie liefen denn die zwei Jahre für mich? Also, wir haben ja zwei Modelle, habe ich ja gesagt, zwei Achter hier rumzuliegen und auch in Benutzung natürlich täglich mehrfach. Die meiner Freundin ist nach einer ganzen Weile irgendwie so gewesen, dass der Akku keine zwei Tage mehr gehalten hat. Im Schnitt ist die Akkulaufzeit irgendwas, ich würde sagen, sieben bis zehn Tage. Vielleicht, wenn man Bluetooth ausmacht, sogar noch ein bisschen. Also schafft man vielleicht auf jeden Fall diese neun bis zehn Tage. Je nachdem. Man putzt ja so mindestens zweimal am Tag im Schnitt. Deswegen würde ich sagen, sieben bis zehn Tage kommt man ganz gut hin. Bei meiner Freundin war es dann nach ein paar Tagen so, dass das Ding immer wieder leer war. Aber das war natürlich ein bisschen doof. Ich habe das dann bei ORB eingereicht, musste die einschicken und der Akku wurde gewechselt. Das war auch wirklich unkompliziert. Die haben da so einen Online-Prozess. Und man kriegt dann einfach von irgendeiner Elektrofirma aus der Nähe quasi das reparierte Gerät zurück. Das hat gut funktioniert. Und meine Zahnbürste hat dann nur ein paar Wochen später das Gleiche gehabt. Also sie hat wirklich nur noch ein paar Tage gehalten. Hat keine Warnung mehr gegeben, wenn sie kurz davor war leer zu sein, sondern ist einfach leer gegangen. Ich habe dann auch das über den gleichen Prozess eingeschickt und habe, warum auch immer das da anders war, eine komplett neue Zahnbürste bekommen. Also wirklich mit einem neuen Paket. Deswegen habe ich jetzt auch zwei Ladegeräte, weil da war nämlich ein Ladegerät mit drin. Das hat mein Problem gelöst, dass wir zwei Ladegeräte haben. Das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube sogar an ein neues Reise-Etui und so eine Aufbewahrung und so weiter. Das war da alles nochmal komplett neu drin. Und das nach über anderthalb Jahren. Klar ist Gewährleistung, sollte dann auch drin sein. Aber trotzdem sehr cool. Sie hätten ja auch irgendwie nur den Akku tauschen können. Warum sie es bei dem Modell nicht gemacht haben, aber bei dem meiner Freundin, weiß ich nicht. Das ist die gleiche Zahnbürste. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und das ist ein cooler Fakt, dass ich nach anderthalb Jahren eine komplett neue Zahnbürste bekomme, ohne dass ich irgendwie mit dem Verkäufer rummachen muss oder so, sondern dass alles über den Hersteller ging. Zum Putzergebnis kann ich sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden bin. Man hat immer ein sehr glattes Gefühl auf den Szenen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das Zahnfleisch irgendwie zerstört wird, weil sie wirklich sehr sanft und sehr leise funktioniert. Also nicht so ruppig irgendwie daherkommt. Wenn man mal so eine 15, 20 Euro elektrische Zahnbürste aus dem Drogeriemarkt kauft, dann merkt man schon, dass da so ein bisschen anderer Druck hinter ist. Die gibt es halt einfach nur Vollgas die ganze Zeit. Das ist vielleicht auch okay für viele. Aber hier kann ich sagen, mit den Putzergebnissen bin ich durchgehend zufrieden gewesen. Hatte nie Zahnfleischbluten oder irgendwas. Und ihr habt ja gerade gemerkt, ich habe auch keine besonderen Einstellungen. Oder so vorgenommen. Ist das alles ganz normal eingestellt. Auch zum Handling habe ich ja bereits was gesagt. Sie ist sehr leicht und das Vibrieren ist sehr sanft. Also sie liegt wirklich super in der Hand. Auch da gibt es nichts zu sagen. Die Oberfläche ist so ein bisschen Plastik angeraut. Es gefällt mir sehr gut. Ja, da gibt es auch keine wirklichen Beschwerden. Leider ist die Zahnbürste, das sieht man bei der weiße, nicht so gut. Und jetzt hier bei der gerade auch nicht, weil ich sie so ein bisschen versucht habe sauber zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Leider ist sie halt oft sehr dreckig. Also da bleiben halt viele Reste irgendwie dran. Wenn man sie dann irgendwie hinstellt, dann läuft das Wasser hier aus dem Kopf teilweise raus. Und dann hat man hier überall Flecken. Und dann eben auch auf dem Ladegerät. Wenn man es aufs Ladegerät stellt, habe ich ja gesagt. Das ist so eine Sache, finde ich bei so einer teuren Zahnbürste irgendwie schwierig. Da würde ich mir wünschen, dass das irgendwie anders funktioniert. Also dass die eben nicht so ausläuft. Und die Flecken irgendwie weggehen. Also generell habe ich auch das Gefühl, dass beim Zähneputzen ich da wirklich oftmals, also dass es irgendwie tropft aus dem Mundstück raus. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Kann auch an mir liegen, keine Ahnung. Aber ich habe oft irgendwie auf Klamotten oder auf dem Boden irgendwie Flecken. Weißt du, Flecken von der Zahnpasta dann, die dann, ja, die muss man halt wegmachen. Gut, das ist halt so. Aber das hätte ich mir so ein bisschen anders erwartet. Und wir machen technologisch relativ viele coole Sachen möglich. Da müsste es doch eigentlich möglich sein, so eine Zahnbürste irgendwie sauber zu halten. Was ich mir generell von so Zahnbürsten wünschen würde, natürlich will Oral-B zwei Stück verkaufen. Das macht total Sinn. Ich würde mir dennoch weiterhin wünschen, dass man eigentlich nur ein Handstück braucht und jeder sein eigenes Mundstück hat. Was ja theoretisch ginge. Dann wäre es doch aber cool, wenn diese Stücke hier, diese Bürstenköpfe, quasi NFC-mäßig unterwegs wäre, dass man einfach nur das draufsteckt und er erkennt, okay, das ist jetzt die Zahnbürste von Sebastian, trackt meine ganzen Ergebnisse, meine Sachen in der App oder erkennt automatisch meinen Lieblingsputzmodus und was ich eben alles so eingestellt habe und fährt dann sofort los und ja, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Wenn meine Freundin dann ihren Bürstenkopf draufsetzt, dann weiß die Zahnbürste, okay, das ist jetzt nicht Sebastian, sondern dem brauche ich einen anderen Putzmodus und vielleicht noch eine andere Einstellung, weil da ist noch empfindlicheres Zahnfleisch oder sowas. Das wäre halt mega cool. Verkauft natürlich nur eine Zahnbürste, aber dann, gut, dann wären wahrscheinlich auch die Zahnbürstenköpfe ein bisschen teurer, weil die halt NFC hätten und so weiter. Aber das würde ich dennoch besser finden, als jetzt nur zwei Zahnbürsten kaufen zu müssen. Bei uns, unterschiedliche Badezimmer, ist es okay. Aber in einem Badezimmer macht es ja definitiv Sinn. Ist scheinbar noch keiner drauf gekommen, ist wahrscheinlich auch kein richtiges Businessmodell, wenn man nicht so viel Geld mitverdienen kann, aber ich würde es trotzdem gut finden. Würde ich sie mir nochmal kaufen? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich nicht für das Geld. Ich bin nicht unzufrieden, das würde ich damit gar nicht sagen, aber ich denke, dass man für weniger Geld auch genauso gute Ergebnisse erzielen kann. Es hängt sehr viel an der App, also Einstellungen und so weiter. Wenn man schon so ein komplexes Gerät baut und das so viele Sachen irgendwie einstellen kann, dann sollte man auch dem Nutzer die Möglichkeit geben, das auf dem Gerät zu machen und nicht alles von einer App abhängig zu machen. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Da denke ich mir, okay, vielleicht könnte ich mir auch eine für 80 oder 90 Euro kaufen, vielleicht eine Schaltzahnbürste, wie auch immer, die diese Features eben auch hat. Einen guten Putzmodus, ein sanftes Handling, eine Druckerkennung und so ein Timer drin, das, wie gesagt, kann mittlerweile ja jede günstige Zahnbürste. Da kann man, glaube ich, weniger Geld für ausgeben. Und dieses I.O.-Gerede und wir sind hier so mega smart und mega intelligent mit unserer Zahnbürste. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr hochgetrabt und ich finde die Zehner auch gut mit diesem Dock und der Uhr in dem Dock drin und so und auf diesem Ladegerät. Aber ich glaube, das sprengt die Dimensionen. Also klar, gefühlt braucht jede Firma mittlerweile so ein Flaggschiff-Modell, was eigentlich viel zu teuer ist und sich auch nicht jeder kauft. Aber ich würde es nicht nochmal tun. Also ich glaube, wenn die irgendwann mal hier beide den Geist aufgeben, dann holen wir uns auch irgendwas anderes, was ein bisschen günstiger ist und mehr oder weniger den gleichen Effekt hat. Das soll es an der Stelle aber auch gewesen sein von der ORB.IO. Mein Zwei-Jahres-Fazit war natürlich auch ein bisschen mehr Funktionen erklärt und was man so machen kann. Mein Fazit fällt relativ groß aus. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Aber vielleicht hilft es ja dem oder der einen oder anderen bei einer Kaufentscheidung, ob man generell so viel Geld für eine ORB.IO ausgeben müsste oder nicht. Das hoffe ich sehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr auch Erfahrungen damit gemacht habt, welche Zahnbürste ihr benutzt. Sagt ihr, hey, pass auf, ich habe hier das mega Geheimnismodell für 50 Euro. Die ist die beste Zahnbürste der Welt. Gerne mit Links in den Kommentaren. Gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Wie gesagt, das muss auch keine smarten Features haben, keine App-Anbindung haben. Ich glaube, es gibt Dinge, auch wenn ich das sehr vertrete und deswegen mache ich auch dieses Video hierzu, weil ich glaube, dass es halt ein Tech-Thema ist. Ich glaube, es gibt aber Dinge, die müssen nicht immer smart sein. Deswegen kann man da auch ein anderes Modell wählen. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo hier auf dem Kanal da. Wir gehen weiterhin auf die 1000 Abonnenten zu. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das zeitnah hinbekommen haben. Und wie gesagt, lasst doch gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns aller spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.